Hallo! Wo hast du denn so lange gesteckt? Ich habe noch was für deinen Geburtstag organisiert. Sag mal, Karin, du hast doch sicher bemerkt, dass mir Konrad, ich meine, Herr Medau nicht ganz gleichgültig ist. Mama, das ist wirklich nicht zu übersehen. Und findest du es nicht ein bisschen albern? Du bist meine richtige Mutter, auch wenn ich zehnmal adoptiert bin. Du bist meine richtige Mutter und ich hatte einen richtigen Vater.